willkommen zu einer weiteren folge von subjekt 13 wo wir uns jetzt im letzten bereich befinden das vermute ich nicht nur das weiß ich sogar weil ich habe jetzt ziemlich lange aufnahme pause hinter mir und habe dabei in die erfolge geguckt haben wir sind im vierten kapitel und es gibt auch nur erfolge für vier kapitel immer gespannt vor allem weil einer der folge erfolge heißt löse das letzte rätel unter zehn minuten bin ich mal gespannt was jetzt noch alles auf uns zukommt was ist das da das ist schon was zum angucken ok dann tun wir da drüber und jetzt ach so da kann ich mal drauf anwenden mal so was jux mit dem da kann ich also irgendwas drauf anwenden sind noch irgendwo wartiers noch ok aber ich krieg kein menü da warum nicht da kriege ich ein menü ich kann nicht angucken ich kann es nur vergrößern immer ist ja interessant und wo läuft dahin das wieder zum anwenden auch was zum anwenden ok irgendwas hier noch irgendwas hier ja da noch ne aber hallo ok das sieht aus wie ein auge das da ich weiß nicht warum man da nicht hin zoomt und ich vielleicht raus weiß nicht keine ahnung im mund keine ahnung hier kommen wir darauf anwenden hier kann ich heute was ist das bestimmt wieder ah ja dahinter ein auge auch was zum anwenden das ist hier so da so du so ne ne dann nicht achte mich wieder da ok noch was hier ist ja dass die die statue da oder so das tut sich wieder nix also läuft jetzt wahrscheinlich hin ja ne brauchst du nicht hinlaufen kommen wir gucken erst mal hier was ist das ok ich kann es drehen eine statur von irgendeinem typen keine ahnung was hatten wir dafür ein krönchen sieht fast aus als wären da blut drin und drei affen ich sage nix ich sehe nix ich höre nix ok was haben die für bauch kann man sogar gucken was haben wir denn für bauch nabel hallo das sieht wieder so nach so einem bolchen schloss aus aber den schlüssel haben wir doch gar nicht mehr hoch ich wollte nicht das notizbuch das gleiche ja aber wesentlich komplexer lässt sich auch nix verstellen und bei dir da ist auch wieder noch keine ahnung mund ein erfahrungsbericht ok auch so ein schlüssel wofür auch immer hier das lupensymbol kommt wenn man da doch nichts machen kann auch ich wollte nicht da raus hallo 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 da war da noch ein erfahrungsbericht und da ist kann ich nicht näher angucken ist auf jeden fall auch noch was das ist ein erfahrungsbericht sehr schön dann erfahrungsberichte sie haben einen neuen erfahrungsbericht entdeckt lesen warum hat man hier nicht immer so eine aufwahl oder kommt die jetzt erst januar 13 2013 ich komme zurück zu studieren die machine in der komplexe ihre researche ist viel mehr advanced als unsere ich muss zu confessen dass ich nicht wunderschön mit dem es geht aber die energie residue die machine hat fantastische benötig Still with no news of Sophie, I set off in search of the source. On the way, I shook off an angry bear by taking refuge in the strange stone relic. I had to cut the rope bridge behind me. I must find some other way back to the complex. When I arrive, the temple doors open and I heard that kind of dying voice again. Obviously, there's no one inside. However, I did discover that what is in the temple was constructed by a completely different civilization to our own. Maybe even by extraterrestrials. I managed to make the mechanism in the monolith work. Now that activated something that looks like... a kind of three-dimensional holographic interface. I'm going to need time to understand how it works. It's a pity Sophie isn't here. She would have loved it. 20% already, so there are still 4 pieces in this chapter. Okay, that sounds like a little bit uninteressant. Außerirdisch and so. I'm curious. Hello, can I go out? Hello. So, so war das. Okay. Ja, dann, ich kann ja hier jetzt anscheinend nichts machen. Dann gehen wir mal. Was ist das hier? Oh. Oha. Ähm. Das ist wieder so ein Schiebeding. Die Frage ist, was müssen wir denn hier jetzt machen? Wir haben 5 mal 5. Wir haben... 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer 4 von einem Symbol. Sind das 5 Symbole? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ne, es sind 6 Symbole. Ja, wäre auch logisch. 5 Reihen und noch eine drüber. Würde ich mal fast behaupten, dass wir wieder gleiche Reihen machen müssen. Die Frage ist jetzt wieder so. Also waagerecht und eine senkrecht. Oder alle senkrecht und eine waagerecht. Wir können nur einzeln verschieben. Das ist natürlich auch wieder spaßig. Wo ist denn hiervon das 4.? Da hinten, alter. Ja, das kann lustig werden, glaube ich. Vor allem, weil man ja nicht wirklich... Achso, shit. Ne, das war jetzt auch wieder falsch. So. Ah, okay. Das ist also so schon mal richtig. Okay. Ja. Wo ist denn hiervon das 4.? Da oben. So. Ja, das bietet sich ja jetzt schon mal mehr als an. Ähm. Zack. Ähm. Okay. Jetzt haben wir hier... Die 3 und das letzte ist da oben. Und hier haben wir die 3 und das letzte ist da. Ist ja natürlich ein bisschen ungünstig, würde ich mal verhaupten. So, warte mal. Ne, das ist doof. Ähm. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so geschickt ist, was ich hier mache. Ja, okay. Ja, da haben wir die schon mal relativ... Ja, der muss ja noch da raus. Alter. Ähm. Wie kriege ich denn den da raus? Äh. Ist fast einfacher, die anderen da runter zu bringen, oder? Ja. Alter, nee. Ja, 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 ja. wt ultra so ist ja totaler quatsch muss ich ja irgendwie so warte mal mal hat hier noch mal so toll jetzt schiebe ich dann wieder dahin zurück so ja wie die ultra so und so wir kommen der sache näher wir kommen der sache näher aber so blöd die zwei darum die zwei es ist ja ja die drei schon mal das ist auch wieder doof so das da hoch das da hoch das da hoch das da das da das da so 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 was denn das ne glaskugel so